Musik Die Kämpfer knallhart, die Kämpfe gewaltig, die Konkurrenz enorm stark. Ümed Demir aus Rheinfeld im Endkampf gegen Budokan Bochum aus Nordrhein-Westfalen. Der 34-Jährige ist gerade frischgebackener Landesmeister und einer der besten Kämpfer der Republik. Austeilen kann er verdammt gut, aber hier in diesem Drei-Minuten-Kampf in Neumünster muss er einstecken. Der Punkt geht klar nach Bochum. Ich habe mir natürlich größere Ziele gesteckt. Das tut man immer, wenn man in den Wettkampf geht. Man geht mit dem Ziel zu gewinnen dahin. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht enttäuscht. Es sind alle starke Jungs, wie gesagt, sind alle um die zehn Jahre jünger wie ich. Und ich bin einfach in einer gewissen Weise stolz auf mich, dass ich noch so fit bin. Hätte ich mich jetzt im ersten Kampf nicht verletzt, hätte ich den Kampf wahrscheinlich gewonnen. Die übrigen Teamkameraden von Ümed geben kräftig Gas. Am Ende geht die Deutsche Meisterschaft im Mannschaftskampf dann doch nach Schleswig-Holstein. Für den Ausrichter ist das ein wichtiges Signal, denn es wird schon auf Olympia 2020 hintrainiert. Es ist ja die erste Olympische Deutsche Meisterschaft. Im letzten Jahr, August, haben wir ja endlich diese Anerkennung bekommen in Rio. Und das ist natürlich für uns eine besondere Ehre, diese erste Olympische Meisterschaft hier ausrichten zu dürfen. Und auch er wird wohl bei Olympia 2020 mit dabei sein, Patrick Orban. Der Lübecker geht ganz klar als Titelverteidiger in diese Deutsche Meisterschaft. Am Ende heißt es dann auch im Mannschaftskampf Gold für Orban und Co. Natürlich ist man da ein bisschen in den Tränen nah. Familie ist da, Freunde sind da. Natürlich hat das so einen Heinspielcharakter. Aber umso mehr ist man dann ein bisschen aufgeregt. Natürlich auch als Titelverteidiger. Wer hätte denn auch gedacht, dass unter den 500 Besten der besten Karatekas in Deutschland die Kämpfer aus Schleswig-Holstein zu finden sind. Keine Frage, im nächsten Jahr steht erstmal die Europäische Meisterschaft an. Aber das eigentliche Ziel ist... Natürlich Olympia, aber das ist noch ein weiter Weg. Es heißt Punkte zu sammeln in der Qualifikation. Und ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg. Wie die Teamkollegen von Patrick Orban übrigens auch. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Anzahl der Verletzungen bei dieser harten Kampfsportart weiter in Grenzen hält.